Hallo zusammen, ich bin Delin, ich bin im ersten Lehrjahr als MPA, also medizinische Praxisassistentin. Ich arbeite hier im KSA und ich zeige euch jetzt meinen Beruf. Kommt mit! Zuerst hole ich den Patienten aus dem Wartezimmer und begrüsse ihn. Dann begleite ich ihn ins Untersuchungszimmer und frage nach seinen Beschwerden. Das alles dokumentiere ich im iPad. Dann sieht es, dass der Arzt direkt zum Neuliegen ist. Wenn du MPA werden möchtest, solltest du Interesse an Medizin und Naturwissenschaften haben. Ebenso auch kontaktfreudig, weil du viel mit Menschen zu tun hast. Mit dem Röntgen können wir schnell feststellen, ob etwas gebrochen ist. Das Coole an meinem Beruf ist, dass ich viel Kontakt mit Menschen habe und dass kein Tag gleich ist wie den anderen. Zudem kann man auch viel fürs Privatleben lernen. Wir suchen Menschen mit Herz. Hörst du auch dir dazu? Dann bewirte dich jetzt als medizinische Praxisassistentin im KSA. Tschüss zusammen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017